Was geht ab, Leute? Wir machen heute eine Nicht-Wow-Sagen-Challenge und wenn du es sagst, dann musst du das Video von vorne starten. Wenn ich es sage, kriege ich einen Lebenabzug von drei Leben. Ich würde sagen, rein in die Challenge, abfahren. Ein bisschen Pizza schneiden ist ja gar nicht so verkehrt, aber dass die so schnell geschnitten werden, hätte ich auch nicht gedacht, würde ich sagen. Was ist das denn? Grill? Okay, ich glaube, das sollte mal jemand auspumpen, das Trampolin. Das sieht nicht mehr so gut aus. Okay, Brot perfekt durchgeschnitten. Muss ich sagen, sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Äh, das sah schon sehr, sehr skurril aus, aber hier, komm, ein bisschen Aloe Vera schneiden, Leute. Oh, uh, uh. Uh, die Teile sind richtig gut für den Sommer. Wenn man ganz, ganz viele Wasserballons haben möchte auf einmal, kann man die einfach nehmen und schon hast du 20 Wasserballons oder sogar noch mehr, glaube ich sogar. Schneid der jetzt hier auf? Was ist das? Das sieht aus wie, äh, Bambus, oder nicht? Nee, oder was ist das? Irgendwas anderes. Okay. Ein bisschen hier außen weg machen, auch kein Problem. Oh, die Kühe denken sich auch so, was ist denn hier los? Was macht der denn gerade? Macht der etwas sauber? Lol. So werden Kabel verbunden. Kupferkabel sind ja, glaube ich, gerade da, ne? Cool ist auf jeden Fall zu sehen, muss ich sagen. Sehr, sehr cool zu sehen. Oh, was schneidet der, hä? Was schneidest du da? Äh, ich würde gerne wissen, was es ist, aber ich glaube, es ist eher so, das ist so eine Monsterschere, ne? Die Schere sieht so krass groß aus, aber ich fühle mich ja jetzt echt gerade wundern, was könnte der gerade schneiden, Leute? Ist das irgendwas Klamottenartiges oder so? Ist das von einem Skateboard der Reifen? Oder soll das sein? Oh nein. Oh, 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 wow, wow. Okay. Das war cool, muss ich sagen. Das war sehr cool. Und was ist denn das Ding? Man kann es nur umzus rasieren. Durchschneiden. Ah. Mal ganz kurz aufrollen hier das Ganze. zack 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 okay okay ein bisschen aufrollen okay läuft auf jeden fall das ist schon echt der bemalt einfach vier stück auf einmal das ist natürlich sehr clever was wollten die denn da rater sprengen ach so ging quasi auf flaschen so die gravierung und so was drauf ein bisschen holz durchschneiden leute schadet immer nie muss ich sagen schadet nie okay okay als ob er das alles mit der hand quasi gleich macht dann und es fällt es raus oder und kann das raus machen was geht schon langsam raus sich gerade und es fällt raus es wird nicht rausfallen leute der hund der steinehund us-up kaputt gegangen und ob er und das wichtigste war dann glaube ich eher mein gott das ist so cool doch ich hab's gesagt oder ich habe ich das gerade gesagt ich glaube schon ich glaube ich habe es gerade leider gesagt okay ich ziehe mir trotzdem mein leben ab leute bevor nachher wieder in den kommentaren steht deswegen zwei leben habe ich noch und was nimmt da jetzt daraus für pflanzen ok leute ohne spaß ich habe nie so zement so auf diesem wege glatt machen sehen jeden fall nicht was macht er da jetzt auch hey ach so und so nimmt die ganz ganz viele rohre quasi aufeinander es ist gefühlt der der langsamste presslufthammer den es jemals gegeben hat leute und zack und zack wow was will man mit so viel feinem rasen was sollte jetzt daraus ist das roter stroh ok 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 das geräusch war schon mal sehr sehr angenehm muss ich sagen leute das war wirklich sehr sehr angenehm das sieht echt sieht auch angenehm aus wie das da reingefügelt wird recht krass aus muss ich sagen was macht der jetzt hier da gehen paar kleiderhaken ran und noch ein stein ein stein Was ist das denn, Leute? Ist das sauber gemacht, oder was soll das sein? Ich glaube, es wird sauber gemacht. Hä? Hä? Wuhu! Was sind das für kleine Löcher? Ähm... So kann man natürlich auch die Tante davon trennen, wenn die einfach gefühlt hat, auch abbricht oder so. Äh... Leute, könnt ihr mir mal klären in den Kommentaren, was das für Steine sind? Das auf jeden Fall, das ist, weil man so anfängt zu blubbern. Hä? So hier bisschen, zack, zack, zack. Alles abmachen. Es ist da schon sehr... Warte, ich sage, diese Holzclips, ne? Die sind echt so angenehm. Und was denn, ist das Alufolie? Alufolie frisch aus der... Keine Ahnung. Frisch gemacht. Oh? Oh? Oh, oh, oi! Ach, der muss... Ah, oh mein Gott, der macht das Gefühl zu mit Buchstaben, ne? Hier 10, 10, 10, 12, 12, 12. Achso, der macht jetzt die ganzen Würfel da an. Hä? Hä? Der Baum blutet. Das habe ich noch nie gesehen. Vor allem nicht so extrem. PTF? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das Haus ist gleich... Oh, das Haus ist gleich komplett zusammengebrochen, Leute. Ach, und die Mauer fällt auch noch. Aber Leute, das soll es auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wir haben es heute endlich wieder überstanden, die Nicht-Wow-Sagen-Challenge. Wie sieht es bei euch aus, wie oft muss ich das Video neu starten? Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr uns sowas mehr sehen möchtet, checkt die beim Videos aus. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.